Die Gesteinsmetamorphose ist die Umwandlung der mineralogischen Zusammensetzung eines Gesteins durch geänderte Temperatur und oder Druckbedingungen. Dabei entsteht aus dem Ausgangsgestein, das auch als Protolit oder Edukt bezeichnet wird, ein Metamorphisgestein. Bei der Metamorphose kommt es unter den veränderten physikalischen Bedingungen zu Mineralreaktionen, also zur Neu- oder Umbildung von Mineralen. Wobei das Gestein im festen Zustand verbleibt, schmilzt ein Gestein durch eine Erhöhung der Temperatur auf, so spricht man von Anatexes. Überblick Eine Abgrenzung der Gesteinsmetamorphose von der Diagenese, den Prozessen, die zur Bildung von Sedimentgesteinen aus Sedimenten führen, kann nicht exakt gezogen werden, da es auch bei der Diagenese zu Mineralneu- und Umbildungen kommen kann. Es gibt verschiedene Definitionen, nach denen von einer Metamorphose zu sprechen ist. Wenn bestimmte Minerale auftreten oder nicht mehr vorhanden sind, bzw. bestimmte Druck- und Temperaturgrenzen überschritten wurden. Bei der Metamorphose bleibt die chemische Zusammensetzung des Gesteins oft unverändert, man spricht dann von isochemischer Metamorphose. Da an einer Metamorphose immer auch fluide Phasen beteiligt sein können, ist diese Bedingung selten streng erfüllt. Wenn der Elementbestand eines Gesteins wesentlich verändert wird, liegt eine Metasomatose vor. Dies trifft nicht zu, wenn nur H2O oder CO2SO oder abgeführt werden. Die Metamorphose eines Gesteins wird durch Druck und Temperatur beeinflusst. Man spricht von einer prograden Metamorphose, wenn Druck und Temperatur während der Metamorphose zunehmen, und von einer retrograden Metamorphose oder die Aftorhese, wenn Druck und Temperatur während der Metamorphose abnehmen. Prinzipiell beobachtet man zwei Arten der Umwandlung von Gesteinen. Durch Phasenumwandlungen entstehen neue Minerale aus den vorhandenen. Minerale können nur unter bestimmten Druck- und Temperaturbedingungen miteinander existieren. Sind diese Bedingungen nicht mehr erfüllt, können die Minerale miteinander zu anderen Mineralen reagieren. Solche Mineralreaktionen sind oft sehr komplex. Manche der neu gebildeten Minerale setzen bei diesen Reaktionen andere Stoffe wie ZB. Wasserfrei oder nehmen sie auf. Dadurch kommt es zu dem oben angesprochenen Phänomen der Metasomatose. Bei der Kristallisation von Mineralen kommt es zu Gefügeumwandlungen im Gestein. Durch die Einregelung, durch Drucklösungsprozess nach dem Rieke-Schen-Prinzip oder das orientierte Wachstum von Mineralen bildet sich im Gestein eine Schieferung aus. Die umso ausgeprägter ist, je mehr Schicht Silikate im Gestein vorhanden sind, Arten der Gesteinsmetamorphose. Der mögliche Verlauf einer Gesteinsmetamorphose ist abhängig von den dabei durchlaufenden Druck- und Temperaturbedingungen. Diese können sehr verschieden sein und so unterschiedliche Metamorphose-Typen hervorrufen. Gesteine, die einen bestimmten Metamorphose-Typ durchlaufen haben, tragen häufig charakteristische Merkmale. Zum Beispiel bestimmte Mineralparagnesen, Gefügemerkmale unter anderem davon. Regionalmetamorphose Der Zusatz regional besagt, dass diese Art der Metamorphose über große Volumina stattfindet. Meistens hervorgerufen durch tektonische Senkung großer Teile der Erdkruste. Hierbei geraten Gesteine durch Versenkung etwa durch Faltung oder Subduktion an Kontinentalrändern unter hohen Druck und oder Temperatur, die die Umwandlung der Minerale gleichermaßen bestimmen. Typische Gesteine sind zum Beispiel Glimmer, Schiefer, Gneise, Amphibolite. Die druckbetonte Metamorphose ist ein typisches Kennzeichen von Subduktionszonen. Hierbei wird verhältnismäßig kaltes Material ozeanischer Kruste versenkt. Die dabei ablaufende Metamorphose wird daher von vergleichsweise niedrigen Temperaturen und hohen Drücken bestimmt. Gesteine, die die druckbetonte Metamorphose durchlaufen haben, sind durch typische Minerale gekennzeichnet. Wie Glaukofan in Blauschifan oder Omphazit in Eklegyten, die Kontaktmetamorphose ist die temperaturbetonte Metamorphose. Kontaktmetamorphogesteine finden sich vor allem im Umfeld magmatischer Intrusionen. Das heiße Magma heizt das umgebende Gestein auf und führt so dessen Metamorphose herbei. Der Bereich der Metamorphose heißt Kontakthof. Ein typisches Merkmal Kontaktmetamorphogesteine sind die durch Mineralreaktionen hervorgerufene Knotenbildung sowie häufig das Fehlen einer Schieferung. Bei der Kontaktmetamorphose können Hornfelse, Frucht- und Knotenschiefer entstehen. Diese sehr extreme Art der Metamorphose wird durch heftige Stoßwellen hervorgerufen und kann zur Zertrümmerung ganzer Gesteinspartien und zur Zerstörung von Kristallgittern führen. Sie ist auf Meteoritenkrater beschränkt. Im Bereich des Einschlagkraters werden hohe Temperaturen und Drücke erzeugt, wobei Gesteine aufgeschmolzen und herausgeschleudert werden und dann zu kugeligen Glasaggregaten erstarren. Typische Kennzeichen für die Impactmetamorphose ist das Auftreten von Hochdruckmineralen wie zum Beispiel Kösit oder bedingt durch den Kollaps von Kristallgittern von diaplektischem Glas. Die Impactmetamorphose führt zur Zertrümmerung von Gesteinskörpern, die makroskopisch sichtbar ist. Die Dislokationsmetamorphose wird auch Dynamometamorphose genannt. In aktiven Störungszonen wird das Gestein durch die Bewegung zweier Blöcke gegeneinander stark verändert. Reagiert das Gestein dabei auf mechanische Beanspruchungsbröde, das heißt, es zerbricht und wird zermahlen, so entstehen dabei Kataklaseid. Wenn das Gestein duktil auf mechanische Beanspruchung reagiert, entstehen durch Neukristallisation Mylonheit mit charakteristischem, durch die Städtebewegung geprägtem Gefüge, bei Erdbeben tritt eine kurzzeitige und plötzliche Bewegung von Gesteinspartien auf. Öffnen sich dabei Hohlräume, können darin durch die plötzliche Druckentlastung Implosionspräktien entstehen, die den Hohlraum wieder auffüllen. Durch die bei einer plötzlichen Bewegung an der Bewegungsfläche entstehende Reibungswärme kann dies zu kurzzeitigem Aufschmelzen von Gesteinspartien und zur Bildung von Pseudotachyliten führen. Ebenso können durch den Kollaps von Kristallgittern diaplektische Gläser entstehen. Es gibt unterschiedliche Systeme zur Beschreibung des Metamorphosegrades, den ein Gestein erreicht hat. In Analogie zur Faziers von Sedimenten können Metamorpho-Bedingungen durch Metamorpho-Faziersgruppen zusammengefasst werden. Eine andere Möglichkeit ist die Bestimmung des Metamorphosegrades anhand bestimmter Mineralreaktionen. Der Umstand, dass bestimmte Minerale aus anderen entstanden sind, zeigt dabei, dass bestimmte Grenztemperaturen bzw. Grenzdrücke überschritten wurden. Grenzbereiche der Metamorphose Gegenüber der Diagenese kann die Metamorphose nicht eindeutig abgegrenzt werden, da bei der diagenetischen Umwandlung eines Sedimentes in ein Gestein ähnliche Prozesse ablaufen. Häufig wird eine willkürliche Abgrenzung vorgenommen, wenn bestimmte Druck- und Temperaturverhältnisse überschritten wurden. Der Grenzbereich zur Diagenese wird oft als Antimetamorphose bezeichnet. Die Anatexis, die zur partiellen oder vollständigen Aufschmelzung von Gesteinen führt, ist ebenfalls ein Vorgang im Grenzbereich der Gesteinsmetamorphose. Metamorphose findet immer im festen Zustand statt, während bei der Anatexis Schmelzen gebildet werden. Bei der Metasomatose wird die allgemeine chemische Zusammensetzung des betreffenden Gesteins durch Stoffaustausch verändert. Während die eigentliche Metamorphose isochemisch ist, die allgemeine chemische Zusammensetzung des Gesteins ändert sich nicht.